Hallo, Servus, grüß euch, ich bin da auf der Handel, wo ich mich herum jetzt und da hinten, ich hätte da noch einen Beust, der auf die Gehen hatte. Ich hätte da noch einen Beust, der auf die Gehen hatte. So, jetzt bin ich da, bei der Leobnerhütte, nach hinten, vor dem Berg Okrismau, noch komplett im Nebel, in die Wolken. Heute war schön und jetzt geht es weiter, auch wie der Geschmarrzotlauf. Und da schauen wir, nach hinten, wo die Wolken sind, da ist der Polster. Mal schauen, ob es nicht rausgeht. Mal schauen, ob es nicht rausgeht. Jetzt bin ich herum am Hechecksattel und voll im Nebel drinnen. Normal hinter mir war die Christmauer. Auch der Polster ist jetzt komplett im Nebel. Aber ich schaue mal auf, ob ich vielleicht in der Züchte sehe. Ich schaue mal auf. Ich schaue mal auf. Aber ich schaue mal auf. Ich schaue mal auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020